Servus zusammen, wir haben als Team im letzten Jahr die Gemeinde Wenzenbach richtig gut vorangebracht. Wichtige Ziele, wie beispielsweise der Erwerb aller benötigten Flächen für den Radweg zwischen Regensburg und Grüntal oder die Planfeststellung der Südspange Richtung Propsberg wurden erreicht. Leider lassen sich diese Dinge noch nicht so recht bebildern, aber wir haben natürlich trotzdem einige Projekte, die wir Ihnen jetzt mal zeigen wollen. Kommen Sie einfach mal mit. Das Schloss Schönberg befindet sich im Privateigentum, nicht so der Schlosshof, der gehört der Gemeinde. Und diesen wollen wir für die Wenzenbacher Bevölkerung zu einem richtig attraktiven Kulturbereich umwandeln. Die benötigten Genehmigungen haben wir im zurückliegenden Sommer erhalten und zugleich mit gewissen Bauarbeiten so in etwa der aufwendigen Sanierung der Burgmauer begonnen. Im nächsten Jahr wollen wir dann hier im Schlosshof eine Pergola, eine Teeküche, ein WC und eine Freilichtbühne anlegen. Insgesamt rechnen wir mit einer Investitionssumme von 1,6 Millionen Euro und uns wurde schon eine Städtebauförderung in Höhe von 720.000 Euro zugesagt. So viel zu dieser mittelalterlichen Luxusimmobilie. Und jetzt kommen wir zu einem Luxusgut im Hier und Jetzt. Wir haben in den letzten Jahren erleben müssen, dass die Immobilienpreise in Wenzenbach durch die Decke geschossen sind. Das wollen wir so nicht mehr hinnehmen. Deshalb haben wir hier in Gonersdorf ein gemeindeeigenes Baugebiet mit 22 Parzellen erschlossen. Diese Parzellen wurden zu sozialen Kriterien, wie beispielsweise dem Einkommen oder der Familiengröße, vergeben. Wir haben in die Erschließung und den Grunderwerb insgesamt 2,1 Millionen Euro investiert, damit die Gemeinde hier kostendeckend unterwegs ist. Werden wir die Parzellen zu etwa 200 Euro, den Quadratmeter und damit 150 Euro unter den marktüblichen Konditionen anbieten. So funktioniert soziale Wohnungsbaupolitik im Sinne von einheimischen Normalverdienern und Familien. So, jetzt geht es weiter. Nicht weit von hier. Zwischen Gonersdorf und Irlbach ist in den letzten Wochen ein neuer Freizeitbereich geschaffen worden, die sogenannte Wenzenbach-Aue. Wir haben den Bach meandriert, Spielgeräte aufgebaut, Grillplätze geschaffen und nächstes Jahr sollen dann noch weitere Pflanzarbeiten erfolgen. Nach Abschluss aller Baumaßnahmen werden wir so etwa 515.000 Euro investiert haben, wobei wir 290.000 Euro vom Amt für ländliche Entwicklung als Förderung zurückbekommen. Gleichwohl ist es natürlich richtig viel Geld, Geld, das wir aber ganz bewusst investieren, um Wenzenbacher Jugendlichen eine schöne Freizeitfläche zu bieten. Kommen wir von den Jugendlichen zu den Wenzenbacher Kindern. Wir haben hier am Dorfweier im Mai 2018 einen neuen Kinderspielplatz eröffnet. Und wenn immer ich im Sommer das Rathaus verlassen und rüber zum Spielplatz geschaut habe, ist mir aufgefallen, dieser erfreut sich allergrößter Beliebtheit. Da war immer was los. Und das kommt nicht von ungefähr. Wir haben nämlich Eltern und Kinder bei der Auswahl der Spielgeräte mitreden lassen. Und so ist ein echter Premium-Spülplatz entstanden. Insgesamt hat uns dieser Spielplatz 140.000 Euro abzüglich einer Förderung in Höhe von 60.000 Euro gekostet. Und jetzt geht es weiter zu einem Ort, wo ich im zurückliegenden Jahr wirklich sehr viel Zeit verbracht habe. Das hier ist er natürlich nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind, wir haben seit 2018 ein öffentliches WC im Gemeindegebiet. Kostenpunkt nach Abzug einer EU-Liederförderung 60.000 Euro. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Ort, wo ich 2018 wirklich sehr viel Zeit verbracht habe. Das Wenzenbacher Rathaus. Wir haben in den letzten Jahren die Verwaltung richtig gut aufgestellt. Und das war auch wichtig, denn 2018 kam erneut der Bayerische Kommunale Prüfungsverband. Und im Gegensatz zu 2014 haben wir diesmal großes Lob von ihm bekommen. Damit wir auch künftig gelobt werden, mache ich mich jetzt wieder an die Arbeit. Und Ihnen wünsche ich für das Jahr 2019 viel Erfolg, Glück und Freude. Machen Sie es gut! Machen Sie es gut!